Wo diese Invasionen noch waren. Ich glaube nämlich, dass es genau das ist. Das ist eher so dieses klassische, das stand in einem Guide auf Iceevents, das machen alle Ding ist. Wie gesagt, das hast du zu einem Level verwendet und später nicht mehr. Und dann im Raid hat es keine Sau mehr benutzt. Und ganz am Anfang hat Schwarzblitz noch zwei Eisige Finger gewährt. Also zwei Aufladungen von Eisige Finger. Gibt es einen Namen für einen Spell, der dümmer ist als Eisige Finger? Ja, da heißt es immer so. Ich schäme mich immer so ein bisschen dafür, wenn ich nur höre, dass du Eisige Finger sagst. Und das haben die dann abgeändert? Jetzt kriegst du eine Aufladung von Flurry, wo du ja dann auch einmal ein Gratis-Eislands hinterher hauern kannst. Andreas, was hast du gegen Eisige Finger? Das klingt einfach nur wie, weiß ich nicht, wie Herr aus Helio KT Online. Auf Wieder, Tschüss. Meine Eisigen Finger sind stärker als dein Regenbogen-Lutscher. Wow. Ja, genau. Ich, äh... Wow. Stimmt, jetzt wo du's sagst. Ich find Eisige Finger nicht schlimm. Sicherlich. Haha. Außer du musst zum Urologen. Kriegen wir jetzt noch eine Boost-Gruppe zusammen oder muss ich random gehen? Ich weiß nicht, was macht denn der Clemens so? Ich? Ich übe mich gerade so ein bisschen mit Frost. Ich lauf mich einfach rum und mach irgendwelche Worldquests. Aber ich kann auch als Hakan mitkommen. Wenn ihr möchtet. Ja, hauptsache wir spielen noch irgendwas. Keine Ahnung. Ich will Leggix. Was? Leggix. Leggix. Überall los. Darf man das so sagen? Ich habe Leggix gesagt. Aber nicht Permission. Alles in der Ahnung. Das ist ja. Alles in der Ahnung. Das ist ja. Das ist ja.